Video hier, diesmal spielen wir Pixel Gun 3D und ich warte gerade, bis der endlich hier auch das macht, was er sollte und zwar anschalten. Ja, das geht jetzt eine Zeit. Ach ja, im Übrigen abonniert DeadKiddy, abonniert Paluten, abonniert LeCopa, Logo, Stylex, RyanXCole, Felix von der Laden und ja, abonniert eigentlich alle YouTuber, die ich abonniert habe. Das sind sehr viele, ich glaube 96. Ähm, ja, heute spielen wir Pixel Gun 3D, Battle Royale. Ähm, ja, es lag. Ah, wir machen es nochmal. Nice. Jetzt nehmen wir, nein, nicht Deathmatch, sondern Battle Royale. Ach, hat ja kein Internet. Doch, es hat Internet. Ja. Ihr werdet es schon im Titel sehen, was heute passieren wird. Ja. Ja. Na toll, Brave Lion ist auch wieder dabei, er ist auf dem vierten. Und Epic Tiger. Das lag natürlich wieder. Wir müssen so weit wie möglich in der Mitte ab aus dem Flugzeug springen, damit wir es noch schaffen. Ach, ich gehe einfach hier. Wir müssen so weit wie möglich in der Mitte ab, aber wir müssen so weit wie möglich in der Mitte ab, 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 wie möglich Landen. Danke. Nice, schon zwei Waffen. Ich darf die Hand nicht aufs Mikrofon halten. Ist hier eine Truhe? Nein. Ah, dort unten ist ein Auto. Aber dort ist natürlich schon jemand drin. Hier haben wir noch eine Epic Chest. Was kann die Waffe? Nice. Ist wie so ein Pups. Okay, jetzt müssen wir in die Mitte. Es hat 45 Spieler. Wie das klingt. Ja, Leronin P90 hat ein neues Spielzeug. Das ist so dumm. Jetzt werdet ihr im Titel erraten, was in diesem Video passieren wird. Das ist so geil. Oh, jetzt habe ich keine Munition mehr. Nein, schieß mich bitte nicht ab. Mit so einem Müllblaster. Der kann auf den Schrotthaufen und der ist noch nicht mal dort was nützlich. Ich habe ihn gekillt. Okay, du bist was nützlich. Genau das habe ich gemeint. Ich will wieder diese Waffe, die so macht... ... ... ... ... Ich will unbedingt zum Flugzeug, dort hat es immer zwei spezielle Chests. Oder heute mal nicht. Aber es hat viele Chests. Nein, es hat drei Chests, aber drei sind mehr als eine. Wir haben die Waffe wieder, oder? Oh nein. Mann. Oh nein, nicht das Gewehr. Alles nur nicht das. Oh, die war fest. Na toll, jetzt habe ich mich selber angezündet. Ich bin aber auch nicht mehr zu retten. Ich will hier rauf. Ist hier die Toilette? Jetzt brennt sie. Na toll, und ich brenne natürlich auch wieder. Dort oben ist ein Spieler, dort mische ich mich nicht ein. Ich will nur hier weg. Ich will nur hier weg. Ich will nur hier weg. Zielen kann man schon mal gut mit dem. Ah, nein! Ein Epic Chest! Bitte, 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 bitte! Nein! Das hat mir gerade gar nichts genutzt. Das hat mir gerade gar nichts genutzt. Wartet, ich mache es einfach so. Das nützt auch nichts. Ja, die Epic Chest kann ich vergessen. Es ist aber auch zu meinem Klo runterspielen, was ich hier produziere. Ah, doch hier. Ah, die ist nice. Hier wollte ich nicht rein. Ich mache es einfach so. ist das die waffe ja ich bin einfach so kinnisch ja wo fällt es hin ah dort und das fällt dort unten hin ah ich sollte in die sichere zone ich weiß dass ich keine munition mehr habe Nein 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 wie hier Die Frage ist, warum habe ich nicht geschossen? Noch eine letzte Runde machen wir. Falls ihr Geräusche hört, ich sitze auf dem Sofa und habe kalt. Die Frage ist, warum ich nicht geschossen? Die Frage ist, warum ich nicht geschossen habe. Die Frage ist, warum ich nicht geschossen habe. Gleitschirmfliegen ist nice. Solltet ihr auch mal machen oder einfach in einen Seilpark gehen, das ist auch cool. Das war ich erst vor etwa einem Monat. Sollte der Frage ist, warum? Sollte der Frage ist, warum ich nicht geschossen habe, Sollte der Frage ist, warum ich nicht geschossen habe, Das ist ja sûf ich nicht. und es hier vielleicht noch ein ja hier aber ist auch geil der schießt granaten wartet habt ihr gesehen was zum teufel ist das hat es hier vielleicht irgendwo ein auto nein schade eigentlich ich sollte vielleicht pressieren denn die gefahrenzone nähert sich so 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 brauche ich nicht brauche ich auch nicht jetzt habe ich nur noch zehn leben und ich habe gerade geschossen wie auch immer ich das geschafft habe dort ist eine goldene chest dort dort will ich hin weg mit dieser dummen waffe was der sammelt meine waffen auf ja leute das war es mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen ja wie ihr schon am anfang erfahren habt ihr werdet am titel kennen warum es so chaotisch war das war